Der Sommer ist nur das Vorspiel. Das wahre Highlight kommt im Herbst. Für alle Freunde mittelalterlicher Musik. Das Festival MediaWahl 3. Wenn die Saison sich dem Ende neigt, dann legen wir richtig los. 50 Konzerte, 64 Mal Kleinkunst, 3 große Feuershows, über 20 Workshops, Bogenturnier, Mittelaltermarkt, Kinderprogramm und der fast schon legendäre Nachwuchswettbewerb um den goldenen Zwerg von Selb. Das Festival MediaWahl 3 im September in Selb. Vieles gibt es einmalig, nur hier. Zum Beispiel das große Pagan Folk Festival am Freitag mit Omnia, Valraun, Faun und Gästen wie Calvin Calgus. Oder Haggard XXL mit 25-köpfigem Ensemble. Die große Show von Cantal und Gästen. Und das ist noch lange nicht alles. Pampa Tut stellen hier zum ersten Mal ihr neues Album vor. Knut Säckel bringt euch das Nibelungen-Lied in voller Länge. Schaut euch das ganze Programm im Internet an unter festival-media-wahl.com und bestellt eure Karten jetzt. Wir verlosen in jedem Monat unter allen Kartenkäufern Meet & Greets mit den Hauptends. Wir sehen uns beim Festival MediaWahl 3 vom 10. bis 12. September 2010 in Selb auf dem Goldberg.